Darüber berichtet, wie Pferde als Sportgeräte degradiert werden und wie sie mitunter leiden. Das kommt natürlich auch noch durch mehr oder weniger ungeübte Freizeitreiter. Mitunter wird Pferden einiges zugemutet. Nicht nur nicht artgerechte Haltung, sogar richtige Schmerzen werden in Kauf genommen, damit man Medaillen gewinnen kann oder damit man mit ihnen Geld verdienen kann. Wir zeigen, dass es auch anders geht. Wir stellen Ihnen jetzt einen Pferdehof vor, in dem das Wohlergehen und das Glück der Pferde absolut im Vordergrund steht, und zwar ganz konsequent. Pferde wie Chayana haben Kirsten Kelke zum Umdenken gebracht. Die Stute ließ sich von niemandem mehr reiten. Sie war durch grobes Training traumatisiert. Die Trainerin probierte es schließlich ohne Gebiss im Maul und ohne Zwang, mit Erfolg. Als ich Chayana bekommen habe, hat sie erhebliche körperliche Probleme gehabt, vor allem von der Muskulatur, Muskelentzündungen und konnte sich also unterm Sattel gar nicht entspannen. Wir haben dann mal zurückrecherchiert, weil sie auch so ängstlich war und herausbekommen, dass sie Jahre ihres Lebens gar nicht draußen war. Hab dann mit ihr gearbeitet und hab bereits nach einem halben Jahr im gebisslosen Reiten mit ihr schon ein Wanderritt angeführt. Und mittlerweile ist sie von der Muskulatur auch ganz locker und entspannt, dass man auch sieht, wie wichtig es ist, dass beides in Balance ist. Der psychische und der physische Zustand des Pferdes, weil beides gibt sich die Hand. Chayana hat Kirsten Kelker auch bestätigt, wie wichtig eine artgerechte Haltung ist. Heute leben die 60 Pferde in der Pferdewelt-Fanwegen nach dem Prinzip des Horsemanship. Alles so pferdegerecht wie möglich. Freiheit, die andere Pferde nicht kennen. Die meisten ihrer Artgenossen werden noch in Boxen gehalten. Das ist weitaus weniger Arbeit. Aber das freie Leben hier hat schon einige Problempferde wie Chayana kuriert. Horsemanship beginnt bei mir da, dass man alles berücksichtigt, was das Pferd braucht. Und das ist zum einen eine Haltung, wie wir sie hier betreiben. Eine Offenstallhaltung, wo die Pferde entscheiden können, wie viel sie sich bewegen, ob sie drinnen oder draußen sein möchten. Wo sie ihre Sozialkontakte ausleben können, sich kraulen können, spielen können. Und auch das Wälzen, was eigentlich kompliziert für den Menschen ist, das ewige Putzen. Aber das ist eben das, was Pferde eigentlich benötigen. Auch im Training sollen sich die Pferde wohlfühlen. Deshalb lernt der Mensch ihre Sprache und nicht umgekehrt. Keine Longierleine, keine Peitsche. Vortreten und den Körper drehen. Das reicht. Das Pferd ändert seine Richtung. Auch sein Tempo kann die Frau mit ihrem Körper kontrollieren. Das Seil verstärkt ihr Signal. Kursleiter Markus Eschbach lehrt, wie man die Pferdesprache imitiert. Abwenden heißt, komm ruhig her. Gut gemacht. Schön. Der magische Moment wird festgehalten. Das Pferd folgt tatsächlich freiwillig. Es hat die Frau als Ranghöhe akzeptiert. Dieses Verhaltensmuster kennt es aus der Herde. Denn hier funktioniert Kommunikation genauso. Das Leitpferd dirigiert die anderen. Gut zu beobachten, wenn es Futter gibt. Dem Leit hier zu folgen, ist in der Wildnis überlebenswichtig. Komm, 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 komm. Lass sie nicht gehen. Zu spät. Jetzt geht er die wieder durch. Aber nicht jeder Mensch wird sofort als Leittier akzeptiert. Diese Teilnehmerin ist zu unsicher. Das Pferd vertraut ihr nicht und macht, was es will. Nur wer die Signale klar und selbstbewusst rüberbringt, wird respektiert. Und wieder zurück in die andere Seite. Jetzt belohnen wir ihn fürs Entspanntsein. Geh da mal weg. Schau mal, was er da macht. Horsemanship heisst, an sich selber arbeiten. Das ist natürlich auch anstrengend und nicht jedermanns Sache. Ah, gut. So, wer brav. Ganz gut. Ganz braves Pferd. Was wir machen, unsere Arbeit, das kann jeder lernen. Also jeder kann ein Pferdeflüsterer sein, sozusagen. Jeder kann natürlich auch reiten lernen. Es ist allerdings ein langer Weg, bis man Profi ist. Ich sage mal, wir werden nie so gut sein, wie ein Pferd tatsächlich ist. Wir können aber nur dem Pferd zeigen, dass wir ihre Sprache kennen, dass wir es verstanden haben, wie wir natürlich mit ihnen umgehen und dass wir uns ein Vertrauen, ein Verhältnis auf gegenseitigem Respekt wünschen. Sind Respekt und Vertrauen da, können selbst Kinder Pferde ohne Gebiss im Maul reiten. Kirsten Kelke kann sich heute nicht mehr vorstellen, Zwang und Hilfsmittel einzusetzen. Denn sie erlebt jeden Tag. So geht es auch. Der hauptsächliche Unterschied liegt daran, dass wir den Pferden keinen Schmerz zufügen möchten und dass es daran an den Menschen liegt, sich selber zu schulen und damit ein guter Führer zu werden und das nicht damit zu erreichen, dass man das Pferd zu irgendwas zwingt oder schlägt. Und das merkt man eben besonders, dass auch die Kinder immer mehr die Persönlichkeit dabei entwickeln und sich mehr konzentrieren, um mit dem Pferd eben einfach da viel besser klarzukommen, mit dem Pferd ein Team zu werden. So geschult reiten die Kinder mit den Pferden sogar gebisslos ins Gelände. Manchen Eltern erscheint das vielleicht zu gefährlich, die kann die Reitlehrerin beruhigen. Das gebisslose Reiten ist viel ungefährlicher, weil man auch mit dem Gebiss nicht wirklich ein Pferd halten kann. Ich habe das jahrelang selber erlebt, wie die Pferde durchgegangen sind mit Gebiss und habe es seit dem gebisslosen Reiten nie wieder gehabt. Roismanship erfordert Einsatz. Und das ist die Belohnung. Harmonie zwischen Mensch und Pferd. Ja, das ist auch schon sehr beeindruckend und das ist auch ganz wichtig, denn Pferde leiden stumm, wenn sie leiden. Bei uns geht es jetzt weiter. Ja, das ist auch schon sehr beeindruckend. Vielen Dank.